Prinzlauer Berg, Arme hoch! So traten die Könige im Prinzlauer Berg! Wir alle sind Könige vom Prinzlauer Berg! Nicht mal, wir traten die Könige vom Prinzlauer Berg! Haltet euch mal ein und schwingt so ein bisschen von links nach rechts! Das finde ich nicht schlecht! Ja, hier vorne klappt es ja zu, da hinten sind nur die ganzen Leute mit Stock im Arsch! Jawohl! So! Zeigt eure Arme, zeigt eure Hufe, zeigt eure Zähne, wie laut könnt ihr rufen! Lasst den Scheiß in den Augen brennen, alle die flennen können nach Hause rennen! Yeah! Ich möchte diesen Augenblick nutzen, um allen Menschen zu danken, die heute hergekommen sind, die das möglich gemacht haben, die mein neues Album produziert haben, die mit mir auch auf der Bühne und vor allem vor der Bühne stehen! Und jetzt ist sie auch auf den Blick gekommen, indem ihr alle euren Stadtbezirk aus draußen brüllen könnt, so lauten wie ihr könnt, euren Stadtbezirk! Ich will ihn hören! Ich will ihn hören! Wenn du ihn hören! Heinz Horst! Wenn du ihn hören! Schwabingen liegt nicht in dem Prenzlauer Berg oder Berlin. Nein, es ist in München. Ich will ihn nicht in München!